Hallo liebe Freunde der Landtechnik Villach. Mein Name ist Berath und ich stehe euch im Asos der Lager zur Verfügung. Zu meinem Aufgabengebiet gehören auch die Honda Schneefräsen, über die ich etwas erzählen will. Die Modelle HSS 760 und 970 sind für die private Anwendung bestens geeignet. Es gibt wahlweise mit Raupen- oder Radantrieb mit und ohne Elektrostahl. Also für jeden Anwender das passende Gerät. Weiter ist unser Arbeitstier die HSS 1380 mit Raupenantrieb, mit oder ohne Elektrostahl, wie einer das braucht. Mit einer Räumleistung von 75 Tonnen in der Stunde und einem Auswurf weiter von 17 Metern. Weiter ist das Nonplusultra. Die Honda Hybrid Schneefräse HSS 1380 mit elektrischen Raupenvorwerk, damit die komplette Motorkraft rein für das Schneefräsen verwendet wird. Mit diversen Fahrmodis und so weiter. Also für jede Anwendung das passende Gerät. Besuchen Sie uns in Villach in unserem Schauraum und wir können euch gern über jedes einzelne Gerät näher sprechen. Kein Problem. Oder rufen Sie einfach unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Euren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.